The land of diversity, the land of creativity, the land of color, which is what makes India. Mein Name ist Ska Keller. Ich bin grüner Europaabgeordnete und arbeite unter anderem zur Handelspolitik. Das Freihandelsabkommen mit Indien beschäftigt mich schon seit mehreren Jahren. Es wird schon seit 2007 verhandelt. 2013 soll der große Durchbruch kommen. Doch es gibt Zweifel, ob das Abkommen wirklich beiden Seiten nützt. Kritische Stimmen verweisen auf die negativen Folgen, vor allem für die armen Menschen in Indien. Ich bin nach Indien gefahren, um mit den Menschen vor Ort über das Handelsabkommen zu reden. Die Europäische Union möchte mit dem Abkommen vor allem Zugang zu einem wachsenden Markt für europäische Güter und europäische Investoren erhalten. Aber was bringt es für Indien? Wenn wir über die FTA und die EU's interessiert in Nord-East-Indien ist, ist die Investition. Investitionen in Mining, Investitionen in Extractive Industrie, in Wasser, etc. Und wir können keine Art von Farming machen in diesem Teil der Region, wobei die größte Population auf die Agrarwärmung für ihre Leben leben. Investitionen sind ein wichtiger Teil des Handelsabkommens. Investoren aus der EU soll der Zugang zu Bodenschätzen und dem indischen Markt garantiert werden. Dazu kommt ein umfassender Schutz der ausländischen Investitionen. Zum Beispiel können Investoren gegen Gesetze im Gesundheits- und Umweltbereich klagen, wenn diese ihnen weniger Raum für Profite geben. Milchbäuerinnen und Milchbauern sind besonders betroffen. Der Milchmarkt in Indien ist sehr lokal geprägt, mit ein oder zwei Milchkühen pro Familie. Die Europäische Union will aber massenhaft Milchpulver exportieren. Das Pulver ist stark subventioniert und damit in Indien billiger als die heimische Milch. Wieder sind zahlreiche Einkommen bedroht. Wir haben ein Studium geschaut, was die E-Indien-Indien-FDA auf die Leidenschaft und das Recht zu essen zu diesen Dairy- und kleinen Farmer-Dairy-Farmers und kleine Poultry-Rehrers. Und was wir haben gesehen, ist sehr klar, dass wenn die EU-Indien-Indien-FDA zu reduzieren, ihre Import-Düten zu zählen, dass unsere gesamten kleinen Dairy-Farmers werden von der Leidenschaft aus der Leidenschaft werden. Das ist die Sektoren, die auf ihren eigenen eigenen können, können zu leben. Aber was die EU-Indien-FDA-Agräte würde, würde es weiterentwickeln die Europäische Farmers, die in Brüssel zu geben, and absolutely wipe out the livelihoods of Indian women and as my analysis shows again and again and again. I think one of the real dangers of the free trade ideology is that it puts investors above citizens and the rights of investors above human rights and rights of the earth. So we are seeing already under the pressure of investors the right of investors the rights of the financial economy we've seen what is done to Europe we've seen the devastation this is a new form of financial slavery. People who suggest that a supermarket is a superior option to these wonderful bazaars and huts that this country has 500 million people depending on tiny and small region the supermarket is an obsolete dinosaur model. Mit dem Freihandelsabkommen soll der indische Markt für Supermarktketten und Kaufhäuser geöffnet werden. Momentan findet der Handel jedoch auf lokalen Märkten statt. Viele Menschen verdienen sich so ihren Lebensunterhalt und erhalten dabei noch die kulturelle Vielfalt Indiens. Viele dieser Menschen werden ihre Arbeit verlieren. Ein weiteres Problem besteht in den Auswirkungen auf den Zugang zu Medizin. The people in Europe and the people in India are not going to be the beneficiaries. The patent regimes in different parts of the world give a monopoly to a corporate entity which gets a patent. So that company which gets the patent can make a lot of money by charging whatever price. One of the things that the free trade agreement wants is increase the patent term. They exclude any competition so the medicines will become even more expensive for a longer period of time will not allow generic companies to load on the prices. The prices will be artificially at a high level making it unaffordable for people. Die EU verlangt von Indien, dass es Pharmakonzerne und deren Profite stärker schützt, als Indien das eigentlich nach dem internationalen Abkommen TRIPS machen müsste. Das bringt nicht nur große Probleme für die arme Bevölkerung Indiens, sondern für arme Menschen weltweit mit sich. Indische Firmen stellen die Generika-Medizin für die gesamte Welt her. If you work on the quality of generic medicines, they offer you the opportunity to not just treat a few hundred patients, you can treat in thousands. And now governments are treating hundreds of thousands of people linked with HIV. We are also asking governments to do the same for, for example, hepatitis. We are asking governments to scale up their DRTB projects. So this is clearly an agenda that we are very fearful of because it directly affects our patients and our projects across developing countries. India is already part of a big multilateral trade agreement. So to just illustrate what trade agreements really do, like the TRIPS agreement, we are paying $2,000 for one drug, for one patient in a Mumbai project in the heart of India. So it forces us to pay $2,000 for just one patient. And we can only treat nine patients today who need third-line HIV treatment. And these drugs are patented because we signed the free trade agreement, which is a trade agreement, which is the TRIPS agreement. So what you could have is instead of having few drugs under monopoly because of the TRIPS agreement, you could have hundreds of drugs under monopolies because of the free trade agreement. This is why we have to be very cautious. India has to be absolutely cautious in accepting what the European Union is asking it to do in its intellectual property chapter. India's problem is going to be everybody's problem. That is fundamentally very clear that if we can't get Radha Gavir for a Mumbai project, we can forget about getting it for other countries in Africa and Central Asia. But if India sets up production, you always have a chance of being able to source the drug from India. These medicines are not only important for all the people across Asia, but across globe because as all we know that India is the capital of generic pharma. It is very important that we are able to access these medicines and it will not be possible for us to go ahead and accept any part which will go ahead and hamper the production of these generic pharmaceuticals. The statements of critics and critics weigh hard. In the European Parliament do not play any role. As often, the interests of the European countries and not the people in the EU and in India are concerned. I will be in the European Parliament for the purpose that the agreement of the rights of people and the protection of the world in the middle of the world will be in the middle of the world. Sonst can we the Greens to the agreement not be in the agreement.